Es freut mich, dich bei der W-Liebhaberei begrüßen zu dürfen. Bei der Bierliebhaberei handelt es sich um eine Bierberatung mit dem Ziel, gute Biere für jeden erreichbar zu machen. Ich will dir auf diesem YouTube-Kanal genau zeigen, wie die spannende Welt der Biere denn so aussieht. Neben meinem YouTube-Kanal gibt es auch noch meine Patreon-Community. In der Patreon-Community kriegst du spannende Rabatte zu den Bieren, die wir verkosten. Zudem gibt es dort Hintergrundinformationen zu den Verkostungen und Interviews rund um das Thema Bier. Dieser Kanal ist für absolut jeden, der mehr über Bier erfahren möchte. Dabei zeige ich euch, dass Bier mehr ist als nur Pilz, Helles und Weizen. Und egal ob Anfänger oder Profi, jeder kommt hier auf seine Kosten. Völlig gratis sind alle Verkostungen, die ihr hier auf diesem YouTube-Kanal sehen könnt. Wollt ihr allerdings bei den Verkostungen teilnehmen und von spannenden Rabatten profitieren, müsst ihr euch bei meiner Patreon-Community anmelden. Hier habt ihr dann auch Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Die meisten Live-Verkostungen fangen montags gegen 19 Uhr an. Solltest du es einmal nicht schaffen, kannst du dir in der Mediathek vergangene Veranstaltungen immer angucken. Ich würde mich sehr freuen, dich bei meiner nächsten Verkostung begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, euer Björn von der Billi-Papperei. Bis dann, euer Björn von der Billi-Papperei.